Sie sehen also, es ist nie zu spät für eine Weiterbildung. Das Schweizerische Bildungssystem hat für jeden eine optimale Weiterbildungsmöglichkeit. Ganz speziell für jene, die beruflich tätig sind, ist die ACAD-Methode. Da lernen Sie zuerst zu Hause all das Theoretische und können es dann im Unterricht mit Praktikern anwenden. Das macht Spass, bringt Ihnen etwas für die Zukunft und hält Sie fit für Ihren Beruf. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen, hoffe, dass ich Sie zu einer Weiterbildung motivieren konnte und sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen unsere Schulleiter gerne zur Verfügung. Vielen Dank.